Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs zieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Ziert. Zierte. Halt geziert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich ziere. Du zierst. Er ziert. Wir zieren. Ihr ziert. Sie zieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich zierte. Du ziertest. Er zierte. Wir zierten. Ihr ziertet. Sie zierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geziert. Du hast geziert. Er hat geziert. Wir haben geziert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich ziere. Du zierest. Er ziere. Wir zieren. Ihr ziert. Sie zieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich zierte. Du ziertest. Er zierte. Wir zierten. Ihr ziertet. Sie zierten. Den Schluss macht der Imperativ. Ziere du. Zieren wir. Ziert ihr. Zieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb zieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ziertet. Ziertet. Untertitelung des ZDF, 2020